Es wäre für uns deutlich einfacher, wenn dieses in Leitplanken passieren würde, die gesetzlich vorgegeben werden. Aber gleichwohl, Sie sprechen die Hochschulen an. Das sind im Moment unsere Kunden. Und diese Kunden stehen im Wettbewerb, auch im Wettbewerb mit Image, im Wettbewerb mit den weichen Faktoren. Denn die Studenten können sich heute aussuchen, an welche Hochschulen sie gehen. Und die fordern geradezu ein, dass wir dieses Thema der Imagebildung mit bedienen und da eben auch die Inhalte mit formulieren und Wege aufzeigen, wie neben der reinen funktionalen und natürlich auch technischen Qualität der Bauten eben ein Image, eine Anmut, ich nenne das mal so, eine Beseelung der Gebäude stattfindet. Wir haben ja gute Beispiele heute gesehen und wenn Sie das mal weiter stricken, soziokulturell, ist das letztlich die Plattform, auf der dann die Hochschulen auch ihre Studenten erreichen. Das ist im Grunde genommen, wenn Sie das mal weiter zu Ende denken, ist das ja nicht nur die Attitüde des Schönen und des Adaptierten, sondern das ist nachher auch eine ideologische, philosophische Plattform, mit der Sie Ihre Hochschule verkaufen, mit der Sie Ihre Hochschule an den Markt bringen. Und deshalb hat das eine Dimension, die geht weit über das hinaus, was sich so unter dem Schlagwort verknüpft. Und wenn Sie da ein Team haben mit aufgeschlossenen Leuten, dazu gehört natürlich die Hochschule als Auftraggeber, aber auch unsere Partner, Architekten und Architektinnen, dann können Sie vieles tun und improvisieren und durch Gartamannisches Modell auch vieles erreichen. Aber es wäre für Künstler und Künstlerinnen natürlich viel sinnvoller, wenn man das reguliert und auch wirklich sich durchringt zu einer Budgetierung. Aber es wäre für Künstlerinnen und Künstlerinnen und Künstlerinnen und Künstlerinnen,